Wissen Sie, worauf es bei der Energiewende ankommt? Auf nachhaltige technische Lösungen, auf schnelles gemeinsames Handeln oder auf die Chancen der Digitalisierung? Wir sind überzeugt auf all das. Und darüber wollen wir auf dem diesjährigen DKE Innovation Campus mit Ihnen diskutieren. Ich lade Sie persönlich ein zu unserer Veranstaltung Mission Zukunft auf dem Weg in die All Electric Society am 28. Juni im KAP Europa in Frankfurt am Main. Wir freuen uns auf Sie.